Jannik, was fällt dir zum DRT-Report ein? Ja, zunächst einmal, dass wir bereits seit 30 Jahren Kooperationspartner der DRT sind. Ja, und knapp 1200 Fortpartner arbeiten heute schon mit der DRT zusammen. Und die Erkenntnisse des DRT-Reports betreffen fast alle Geschäftsfelder. So nutzen wir sie zum Beispiel für Schulungen im Bereich Versicherungen. Genau, laut DRT-Report schließen 23% der Pkw-Käufer eine Kfz-Versicherung im Autohaus ab. Da können die Fortpartner konkret ansetzen. Aber was ist für dich die beeindruckendste Zahl aus dem aktuellen Report? Ganz klar die 80% der Autofahrer, die ihr Fahrzeug nun länger halten möchten, um die E-Mobilität abzuwarten. Sicherlich eine interessante Zahl für unsere Fortpartner. Gut, wenn man dann einen Partner wie die DRT an seiner Seite hat. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch an die DRT zum 50. DRT-Report. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch an der HD-Report. Wir freuen uns auf die Kfd oder alle другие Fülle an dem aktuellen, wir freuen uns auf die Kfd.